Die Georg-Christoph-Lichtenberg-Schule stellt sich vor. Heute der Bereich Schulsanitätsdienst. Passieren kann immer etwas. Dies ist uns auch als Schule bewusst. Deshalb gibt es seit vielen Jahren ein Team von Schülerinnen und Schülern, die als Schulsanitätsdienst helfend anderen zur Seite stehen. Immer da, wo Hilfe gebraucht wird. Professionell betreut wird das Team von dafür ausgebildeten Kolleginnen und Kollegen. Und wer möchte, ist herzlich eingeladen, sich ab der Jahrgangsstufe 6 dort zu engagieren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017